guten morgen für euch für euch alle nummer 60 heute ist donnerstag donnerstag der 21 mai 2020 das folgende gedicht ist überschrieben mit geräte als ich dich fragte darf ich sie beschützen da sagtest du mein herr sie sind trivial als ich dich fragte kann ich ihnen nützen da sagtest du vielleicht ein anderes mal als ich dich bat ein kuss mein kind zum lohne da sagtest du mein gott was ist ein kurs als ich befahl komm mit mir wo ich wohne da sagtest du endlich einen schluss erich mühsam stand zu dieser zeit als er dieses gedicht geschrieben hat also kurz nach der jahrhundertwende schon unter polizeiaufsicht und war in den späteren jahren vielen leuten immer wieder ein dorn im auge mit seinen arbeiten bis die nazis sich nicht mehr anders zu helfen wussten und ihn schon 1934 ermordet haben aber seine gedichte die bleiben gott sei dank und sind ganz herrlich ich wünsche euch an diesem christi himmelfahrts tag einen schönen tag und sage bis morgen